Die Herbstzeit in den rheinland-pfälzischen Flusstälern wird bestimmt vom Wein und seiner Lese. Zwiebelkuchen und Federweiser spielen eine traditionell starke Rolle. So auch auf Burg Liebenstein. Um die Verbindung von historischem Gemäuer, der Weinlese und der handwerklichen Zubereitung von Zwiebelkuchen geht es heute in HWK-TV. Und das sind die guten Zutaten für einen traditionellen Zwiebelkuchen. Kümmel, Muskat, Salz, Eier, Zwiebeln, die natürlich vor der Verarbeitung handgeschält werden, gewürfelter Speck, saure Sahne und natürlich der handwerklich vorbereitete Teig. Jetzt im Herbst ist Zwiebelkuchen-Hochsaison, auch hier in der Bäckerei der Familie Gref in Mandel, 10 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt. Täglich werden die Zutaten handverlesen, aus denen dann der traditionelle Zwiebelkuchen wird. Abnehmer sind nicht nur die Kunden im Stammhaus und den neuen Filialen. Auch Gastronomen und zahlreiche Winzer mit Ausschank werden durch Bäckermeister Harald Gref beliefert. Seit 150 Jahren gibt es das Familienunternehmen, das er heute in der sechsten Generation leitet. 40 Mitarbeiter zählt der Traditionsbetrieb. Doch Harald Gref ist nicht nur Bäcker, sondern auch Winzer. Der Experte sagt, wann genau Zwiebelkuchen und Federweißenzeit ist. Zwiebelkuchen gibt es, wenn die Saison losgeht, mit Federweißen, das heißt so ab 15. September bis 15. November, also man kann sagen zwei Monate. Was natürlich nicht heißt, dass irgendjemand in dieser Zeit auf sein Lieblingsbackwerk verzichten muss. Der Zwiebelkuchen ist ein Zusatzangebot. Für die Bäcker ist es Hochsaison, für den Chef Harald Gref wegen der Doppelbelastung Winzer und Bäcker ganz besonders. Mein Tag fängt an, nachts um halb zwölf, bis um ein, halb zwei in der Backstube. Ich bin der erste in der Backstube, der letzte, wo er ausgeht. Und anschließend, nach halb Stunden Pause, geht es in die Weinberge. Ich komme durchweg mit drei Stunden Schlaf aus. Der Lohn dieser arbeitsreichen Zeit, es wird ein guter Jahrgang 2009. Der Riesling kommt auf hervorragende 90 Grad Oechsle. Der Weinanbau spielt natürlich auch am Rhein eine wichtige Rolle. Am weltberühmten Fluss mit seinen Burgen in Kamp-Bornhofen führt Bäckermeister Klaus Nickenich sein Unternehmen. Doch auch er ist nicht nur Bäcker, sondern auch Burgherr. Der Handwerksmeister ist seit Jahrzehnten Pächter der Burg Liebenstein. Auch er stemmt die Doppelbelastung. Morgens arbeitet er in der Backstube. Anschließend organisiert er den Hotelbetrieb auf der Burg und versorgt die Gäste unter anderem mit frischem Zwiebelkuchen. Das historische Gemäuer aus dem Jahr 1294 ist nicht nur eine Leidenschaft des Handwerkers, der ein 250 Jahre altes Familienunternehmen führt. Es ist auch eine außergewöhnliche Adresse für Gäste aus aller Welt an einem durch und durch historischen Ort. In der Burg sind unter der Regentschaft von Klaus Nickenich Hotelzimmer eingerichtet worden, die zu einer Zeitreise durch die Jahrhunderte einladen. Hoch über dem Rhein kann hier fürstlich residiert werden. Ja, also der Start hier auf der Burg waren drei Zimmer in dem Charme der 20er Jahre. Teilweise Feldbetten drin. Die Pächterwohnung war dann noch da. Und für diese drei Zimmer und die Pächterwohnung gab es eine Toilette und eine Dusche. Das war ja kein Zustand mehr für ein Geschäftszimmer. Wir haben dann den Turm ausgebaut, sodass wir jetzt insgesamt neun Doppelzimmer haben. Und alles versucht, ein bisschen mittelalterliches Ambiente reinzubringen, die Möbel machen lassen. Und teilweise selbst bemalt und zusammengekauft, sodass es ein historisches Gesamtbild gibt. Ein Vorsatz, der konsequent in dem über 700 Jahre alten Gemäuer umgesetzt wurde und beeindruckend gelungen ist. Um die Verbindung aus Tradition und Moderne, um die Verbindung aus Wein, Handwerk und Zukunftsvisionen ging es auch bei der feierlichen Einweihung des International Wine Institute in der Ahr-Akademie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Unter dem Dach des jüngsten HWK-Zentrums konnte Geschäftsführer Alexander Kohnen die von ihm initiierte Schulungs-, Weiterbildungs- und Konferenzeinrichtung rund um das Thema Wein eröffnen. Auch für den Hausherrn, die Handwerkskammer Koblenz, eine interessante Partnerschaft, wie Kammerpräsident Karl-Heinz Scherk erläutert. Ja, wir denken, dass gerade hier in Ahrweiler ein Weininstitut richtig angebracht ist und wir haben das ja auch an den Herrn Kohnen vermietet. Das heißt, er ist ja selbstständig, das heißt, wir betreiben dieses Institut nicht, aber wir glauben, dass mit unserer Kombination mit den Handwerken im Bereich des Bäckerhandwerks, des Fleischerhandwerks, des Nahrungsmittelhandwerks insgesamt natürlich eine gute Kombination entsteht. Er wird unsere Möglichkeiten hier in Ahrweiler ergänzen und vor Ort auch entsprechend sicherlich dafür sorgen, dass hier nationale und internationale Kongresse stattfinden können. Bilder, die Lust machen, auf Zwiebelkuchen, Federweisen und vielleicht auch auf einen Besuch hier auf Burg Liebenstein. Die rheinland-pfälzischen Flusställer sind bei diesem Wetter auf jeden Fall eine Reise wert.